Hi! Heute möchte ich mal einen Half-Poodle probieren. Ich habe meine Locken schon eingeträgt mit dem Lockenstab, mit dem Haarspray fixiert, ausgekühlt. Für die Locken möchte ich definierte Locken. Deswegen nehme ich einen Wachs und Schmiegel. Man kann auch was anderes nehmen. Ich habe noch Doppelden. Er ist von der Stärke her ein Mittelwachs. Dann probiere ich das mal. Ich teile meistens immer so hinter dem Ohr oder über dem Ohr ab. Dann mache ich mal eine Seite schon mal hoch und pinne die fest. Dann lasse ich meistens so die Franzen-Party raus, damit ich am Schluss noch den Abschluss machen kann. Den Abschluss. Diese Seite. Hallo, Mami. Hallo, Kim. Was machst du? Arbeiten. Arbeiten? Du bist ein Hade? Mein Hade. Okay. Hallo. Ich habe nicht so viele Haare, das sieht nur so aus, deswegen hoffe ich, dass es klappt. Ich habe jetzt etwas Wachs in den Fingerspitzen und sehe sie da durch, damit sie glänzend sind und die feinen Haare hier nicht aufstehen, wäre das Ziel. Dann mache ich meine erste Locke. Mami, Sunny Klaus! Ah, wirst du das auch nicht, Klaus? Ja! Schön! Tada! Ich habe meine Hunde dabei. Mhm. Okay. Hopp! Und dann! Mhm. Eigentlich habe ich nicht gerne Wachs. Ich habe das Gefühl, dann kann ich sie am nächsten Tag gleich wieder waschen. Aber ich probiere es jetzt trotzdem mal. Ja. 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 Wir sind recht variier. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020